Ja, jetzt muss ich schnell den jungen Leuten erklären, wie das funktioniert. Da haben wir einen Hebel, das ist ein Bremser. Sieh, ob wir es zusammen haben? Nein, nicht schön. Das ist eine Bremse. Ja. Der Hebel, da kann ich Dampf abladen. Der da. Eine ganz wichtige Zeugzeug, da hat man sich umgebracht. Einarbeit. Da haben wir da drei Pedale und ich muss das Zwischenkuppler. Das tut man gleich rein. Das ist halt da. So, okay, da waren wir da vorher. Jetzt kommt der Dampfablauf. Und jetzt geben wir Gas. Und runter. Und runter. Und jetzt kommt der Dampfablauf. Mach doch. Alles klar? Für die Fahrschulprüfung. Und jetzt kommt der Dampfablauf rein. Und wieder zurück. Und jetzt kommt der Dampfablauf rein. Und wieder zurück. Und jetzt kommt der Dampfablauf rein. Jetzt könnte der Dampfablauf ein Schippen bilden. Und jetzt kommt der Dampfablauf rein. Hier nach해주 shin. So, richtig inschlagen, dann finden wir den Spiegel, den Spiegelzeuger, nach dem Spiegelfahrer gleich, wir rühren da hinten das Loch hinein, das geht ja nicht ganz aus, nach vorn, nur zum Spiegel, so, jetzt haben wir das Loch, wenn es blöd ist, dass das Loch in der Sau so dunkel ist, aha, aha, es schaut nicht schlecht aus, es schaut nicht schlecht aus, es schaut nicht schlecht aus, so, ich bin in der Garage, aber jetzt fahren wir noch, jetzt geht es und das geht doch gut, ist, also, nix für weiche Eier, ich weiß nicht, jetzt, komm, jawohl, da macht Autofahrerspaß, komm mal höher zu, ich zeig euch jetzt den Dampf nochmal, alles klar? So, liebe Freunde von GBTV, liebe Freunde von GBTV, jetzt bin ich so ein Schweizer Kuh, jetzt muss ich mit dem Stadion Urlaub fahren, das ist jetzt so, haha, und wie ist es mit der Blutdrucklenkung? Da ist schon Gas hier, so, hier haben wir zwischengucken, ja? Ja, super. Okay. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Missing